Wir sind die wahrsten Meisterinnen! Kaufen wir ein bisschen Nahrung hier ein. Dann haben wir schon mal die Hälfte der Nahrung, die wir brauchen. So, wieder gucken. Großes Warwicklager, ihr braucht nichts. Ihr braucht auch nichts, okay. Weil wir haben hier ja noch viel, was wir zerlegen müssen. Also hier oben waren wir noch nicht wirklich. Also nördlich von Pyranion. Hier waren wir zwar schon, aber wir waren weder bei der Höhle noch hier bei der was auch immer Grube und der Vertropenhöhle, die ziemlich gut befestigt ist. Ja. Aufträge weg. So. Dann gucken wir mal, ob wir den Kettenpanzer abgeben können, den wir da jetzt haben. Und ja, die Briganten auseinander nehmen müssen wir auch noch. So, nehmt ihr den Kettenpanzer, den ich da bringe, an? Ja. Dann ist das ja geklärt. We await our instructions. Your order is clear. Looks like the calm days are over. Looks like the calm days are over. We await our instructions. We are ready. Your instructions. Charge. Fall in. Aim for the head. We can do it together. Wo kommen die Wölfe her? Die Briganten sind erledigt. We are the true masters. We'll do our best. Hm. Noch mehr Nahrung. Fall in. Und dann? Your order is clear. Looks like the calm days are over. Na komm, machen wir noch das Brigantenlager hier unten und was auch immer in der anderen Höhle drin ist. Wobei. Okay. Wir füllen die Elfen nach und gehen erstmal über den Fluss. Elios hat nichts Neues. Pyranon hat nichts Neues. Imperialer Außenpost hat auch nichts Neues. Yes? Fall in. This works better than I do. Although he's already dead. Your instructions. As you please. As you please. As you please. Yes. 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 So. Looks like the calm days are over. Your wish is our command. Als C ist zum Glück Gold nicht unser Problem. Hm. Looks like the calm days are over. Ja. Nahrung. Feuerbeischriftrolle. Yes. We'll do our best. Und ja, ich seh's jetzt erst gerade so wirklich dieses Funkeln, was man ständig sieht. Falls es euch auch schon aufgefallen ist, ist, äh, die Spur. Okay. Looks like the calm days are over. We'll do our best. We'll do our best. Yes, my lord. Yes, my lord. Und ja, das Funkeln führt auch in diese Richtung. Gibt es hier noch was außer dem Warrock-Lager? Ja, da unten gibt es ein Briganten-Lager und eine Kruft, so wie es so aussieht. Hm, ihr habt den Feuerball. Und das waren die Falschen. Jetzt habe ich denen Vampirismus gegeben. Was auch nicht so viel gebracht hat, wie es aussieht. So, dann sack mal ein, was es hier einzusacken gibt. Du heil mal ein bisschen. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Nahrung für Pyrianon. Das funktioniert besser als ich, obwohl er bereits hier ist. Deine Ordnung ist klar. Deine Ordnung ist klar. Willst du mich anrufen? Wir sind die echten Meister. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Geil leads to the caves. The footprints remind me of... Goblin paws. The Goblins stow the retort. Let's hide in the cave. Elves are chasing us. I can feel it. I beg you, don't make me go underground again. All those weeks in the dark and the dank were stifling. Let me enjoy the fresh air a bit longer. You'll enjoy your fresh air after we sell this thing to the mages. I'm right on time. Get them. We'll do our best. Best fire. Two swords means double damage. Your order is clear. Hm. We are the true masters. Your instructions? This works better than I do. Although he's already dead. Yes. So, die Retorte geht erstmal an... Sie hier. Und was ist das? Ein Gefäß mit unbekannten Destillat, das von der Elfenzauberin verwendet wird. Ja. Und hier ist nichts. Wahrscheinlich ist das der Zufluchtsort der Goblins gewesen. Also ihre Höhle. Yes, my lord. So, das heißt, es geht jetzt erstmal hier hoch zur Stadt. Dass wir dort die beiden Sachen abgeben können. Hm, hm, hm. Aber ja, nach den ersten beiden Missionen voller Untoter. Auch wie gesagt, wir sind Xie der Herr der Toten und äh, kommandieren jetzt Elfen. Es ist doch ein bisschen schöner sich freier bewegen zu können. Oh? Ja, mein lord. Was würdest du mir machen? Ich bin fast da. Ich bin fast da. Es will. As you wish. Das Gold, was da liegt, das lassen wir uns natürlich nicht hingehen. Das sind immerhin 150 Goldstücke. As you wish. Ich bin fast da. Es will. Es will. Hätte ich fast übersehen, dass Gold da. Also ja, nicht, dass wir in der letzten Mission, weil das ist die vorletzte. Ich habe ja gesagt, es sind immer vier Missionen pro Kapitel. Das war der einzige große Spoiler, den ich eigentlich rausgehauen habe. Und dass wir in jedem Kapitel einen anderen Charakter spielen. Also nachdem wir ja Farren gespielt haben, spielen wir jetzt Xie. Und in den anderen beiden spielen wir dann nochmal jemand anderen jeweils. Ja, das hier ist die vorletzte Mission, wie gesagt. In der letzten werden wir nicht so viel Geld brauchen. Deswegen ist es eigentlich egal, aber Geld zu haben ist nicht schlecht. Vor allem wenn wir uns dann Wissensschriftrollen kaufen können. Und dadurch unsere Erfahrungspunkte etwas pumpen. Naja, jedes bisschen Erfahrung, das wir kriegen, ist gut. Elios macht uns ein Angebot. Ah, da unten ist eine Wolfsgrube noch. Okay. Aber ansonsten gibt es keine neuen Missionen. Gibt es vielleicht, nachdem wir was abgegeben haben. Also ja, es gibt immer nur eine bestimmte Anzahl an Missionen, die gleichzeitig aktiv sind. So, dann geht ihr mal da rein. Und gibt die Quest-Sachen ab.